Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. SDP, die unendlichste Geschichte. Dark und Vincent sind zurück. Knapp zwei Jahre sind seit ihrem Release die bunte Seite der Macht vergangen. Nun melden sich die Berliner mit einem neuen Album zurück. Die unendlichste Geschichte kommt mit 18 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von BLAB, Capital Bra, Blockmonster und den 257ers. Das Release kommt über das Label Berliner Plattenbau und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.